So Päuslerum, die letzte Stunde ist angebrochen. Ich hoffe, mir ist was nachgespawnt. Ich hoffe es. Das sind ja kaum Zombies, Lull. Das ist nice. Wobei, gegen so einen Gohle würde ich heute auch gerne noch mal kämpfen wollen. Oder gegen zwei. Ich wünsche ich eh eine Quest wenigstens hab. Äh, ne, das sind normale Zombies. Das sind auch Zombies. Ja, keine Komodowarane mehr nachgespawnt. Schade. Schade, schade. Ach, nö. Oh, nö. Die sind auf Speed. Nö. Oh, nö. Hä, kommt er nicht rüber. Oh, da ist ganz viel Gold. Oh, nice. Wenn wir uns noch snacken. Äh. Die sind ernsthaft runter, sind die dämlich. Schaffe ich das? Nein, ich schaffe es nicht. Ja, stopp mal. Ich hab doch noch welche. Hi. Headshot. Oh, ich find' ein Gohle. Guck mal. So. Es wird doch mal Zeit hier. Ich sollte mir das nächste Mal ein paar Gold-Apple mitnehmen. Da ist er, der Hund. Müsste vielleicht mal ganz kurz gucken, ne? Kein Spawner? Kiste, wow. Wow. Aber jetzt taucht hier drinnen Zombies auf. Nee. Nee. Ah. Hilfe, Mutti. Geh weg. Komm mal. Hörst du auf? Hörst du auf? Alter. Weicht dem schon aus. Und der trifft mich trotzdem hier drinnen. Nö. Okay, der würde definitiv hier drinnen alles kaputt schlagen, wenn ich einen Block-Schaden anwerbe. Alter. Nein. Aus. Ich hab auch kein Gold-Apple dabei. Näh. Scheiße. 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 Was macht ihr? Ja. Ja. Hör mal auf. Hör mal auf. Hörst du auf? Hör mal auf. Alter. Nein. Ja. Ruf halt wieder, wenn ich, äh... Ey, komm. Ich bin gleich down. Nein. Hör mal auf. Nö. Tschüss. Ach, da kommt er da raus. Scheiße. Stimmt ja. Haha. Nein! Nein! Alter! Jetzt reicht's! Nein! Was hab ich jetzt gemacht? Man kann Scheiben zerschießen! Sag mir das doch einer! Ich hab keine Munition mehr für die Shotgun. Ähm, okay, starte nach und halt das Essen weiter in der Offend. Cool. Da muss es doch irgendeine effizientere Möglichkeit geben, die Mobs zu klatschen. Ah, Goldapfel! Das nehme ich auch mit. So, hier holen wir auch noch eine Kiste. Da ist auch noch eine. Schön! Die Slayer. Oh! Ah! Ah! da war keine küsse natürlich oh seid ihr dämlich wenn die hinterher springt ja ich fall ins Freud schön ok basic bullets Geld da rein Moblood die Sattel kommt da rein so Goldöppel ganz ehrlich die behalte ich jetzt hier drinnen also das kommt da rein das kann wieder Ärzte produzieren das kommt da rein der Eimer bleibt für die Blobfische das Eisen bleibt zum Reparieren so was kann man denn noch machen ich frage mich welche Quest mir hier fehlt 97% irgendwas fehlt mir hier doch aber ich habe überall das Häkchen ich verstehe das nicht und hier ist nichts weiter aufgeploppt ich verstehe das nicht ja gut ich kann großartig nicht viel weiter machen momentan Leggy Leggings wie viel habe ich denn davon vier das ist von diesen Ameisen Höhlen Ameisen Viechern so wir machen uns erstmal ganz schnell die hier so die werden wir für den Nähter brauchen Arrive New Wings es wird nur von welchem tier ist das Tötels brauchen wir halt auch noch Breed Human Boards Breed Crocodile aber wie wie macht man das avoid the denies of the nether was ich verstehe gar nichts das kriege ich nicht hin das kriege ich nicht hin keine Ahnung warum so da werde ich mich jetzt nochmal hinsetzen und versuchen hier irgendwie das Auto zu bauen was ist denn wenn ich jetzt den Reifen geht nicht okay oder kann man kann man das ähnlich erst freischalten wenn man irgendetwas bestimmtes gecraftet hat ähm war das das nein äh das war Vehikel genau muss man erst irgendetwas bestimmtes craften um das zu bekommen das kann gut möglich sein das kann gut möglich sein das ja keine Ahnung ne gibt es nicht gibt es kein Rezept dafür ähm gibt es ein Achievement Welcome to Crates Welcome to Crates Welcome to Crates Okay okay ha 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 ach alles klar dafür ist mhm kann das sein ich hoffe es dann müssen wir das später versuchen ja hier gibt es noch eine Menge Mobs ja hier gibt es noch eine Menge Mobs Tame a Gruesly Bear bei Feeding Hit Honey and Salmon ja das machen wir auch gleich ähm ähm wow wow hier gibt es halt wirklich so eine Essence Balance Mods okay okay 31 von 77 Spiome habe ich schon gefunden interessant Mechanical Blow Mechanical Blow okay 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 End of Beta Ok Ja, ne, da braucht man nicht Das hier verstehe ich Überhaupt nicht Aber das mit den Bären könnte man tatsächlich Nochmal versuchen Ich hab ja genügend Honig 30 Stück Ach, da muss doch locker was drin sein Nächstens ein Teddybär Irgendwo wird's dir doch Einen Teddy geben In die Richtung bin ich da nicht gerannt Oder? Stimmt Okay Ach, das ist wieder hier Der nicht gemochte Stein Ach, Limestone So, jetzt hab ich's Ach, meine Güter Okay, hier ist alles statt Ich hab Feather Falling Auf den Schuhen Warum krieg ich Damage Das nehm ich auch gerne noch mit Haben wir schon eingelunzt Okay War ja nicht gerade einfach Ein normaler Wald Hier drüben Ich will doch Nur ein Teddybär Rein theoretisch Grizzlybären Nur in Fichtenwäldern Oder? Ne Oder doch Ne, doch Ich weiß es nicht Ich kenn mich in der Tierwelt Nett so aus Ach komm Renn doch mal ordentlich Eik Da unten ist ein Delfin Das könnten wir jetzt Tatsächlich ausnutzen Ja Das nutzen wir mal aus Und da ist er weg Und hier ist nichts Außer weiter Ozean Wow Wow Das ist viel Hier wird gerade Eine Stadt generiert Mal ein bisschen langsam sein Dass das hinterher kommt Difficulty 70 Was tue ich mir hier an Unterwegs Und Schildkröten Hab ich immer noch nicht gefunden Aber sehr krass Hab ich dabei Ich brauch die Eier Das erste Mal Dass ich kaum Schildkröten finde So Äh Einmal da abbauen Danke So Ich behalte lieber die Stonebricks Die ist natürlich leer Natürlich ist die leer Natürlich ist die leer Oder Schildkröten Oder Schildkröten Oder ein Dschungel Knochen Da ist halt Da ist halt Ja Wieder nichts Mann So Bevor das mir dann später Zu lange Dauert Ach hier Komm So 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 Ja Schön wie das aussieht Läuft Bisschen schief Die nächste Stadt Aber Nee Es dauert wieder Bis die gerendert ist Wart Stop Konsole wirft Elder Guardian aus Wo Hier ist ein Tempel Generiert worden Wo Ach Da ist er Schön Ähm Waypoint Wassertempel Den merke ich mir Natürlich Ist doch Definitiv Oh Wieder eine Quest Ei 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 Ähm Bobbubbubbubbubbubb Ähm Hallo Habe ich Habe ich Schildkröten, Sumpf, oh, nice, oder, was wollte ich, Bären, Schildkröten, Sumpf oder Bären, so, eins davon muss doch drin sein. Mindestens eins davon. Wollen wir an die U-Bahn runter, nö. Schöner so ein Einkaufscenter hier. Das ist eine reinste Riesenstadt, ernsthaft? Ich hätte die Weltgeneration ein bisschen bearbeiten sollen, das ist nicht so ein riesenstädtiges Spawn. Oh ne, Mutant. Nö, 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 der kann da hinten bleiben. Hier fällt einfach die Glasfassade, schön. Huh. Okay. Okay, jetzt sind wir zehn Biomen eben gespawnt, schön. Kein Ausgang. Aber jetzt. Äh, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Teddy, Teddy, Teddybär. Ich möchte gern ein Teddybär. Es hat irgendwas. Die war leer. Okay. Es braucht halt gerade übelst lange zum Rendern. Nee, der ist nicht unsichtbar gut. Aber trotzdem, das kann doch nicht sein. Gestern habe ich onmas Bären gefunden und heute gar nichts. Oh, na endlich. Ey, bitte lass jetzt mich in ein normales Biom kommen. Was ist hier los? Das ist einfach nur ein Rabe. Okay. Natürlich kommt kein normales Biom. Da kommt die nächste Stadt. Rubben. Und schon wieder ein Orca. Alter. Holy shit, warum? Ähm. Stimmt. Ich brauche eine neue Handtasche. Hä? Warum lassen die Crystal Shards fallen? Was ist denn das für eine Logik? Sag mal, Orcas essen doch Robben. Wenn die jetzt im Wasser sind, werden die gefressen? Nö. Beschiss. Also das ist jetzt Beschiss. Boah, das sieht aber geil aus. Gestrandeter Orca. Free Willy. Ach man, nicht mal ein fucking Eisbär ist hier zu sehen. Das ist normales Eis. Es ist kein Peck-Eis. Okay. Peck-Eis habe ich nämlich schon. Da kommt teilweise ein Schneebi rum. Oh, ne. Ich bin schon wieder ein auf Speed. Nein. Aus. Pfui. Iget. Okay. Okay, 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 okay. Hui. Schlittschlaufen. Und natürlich für die letzte Stunde von dem Stream, wo ich nur am Rumrennen bin. Schön. Ich bin ganz soft. Ich bin ganz soft. Warum bin ich nicht oben langgegangen? Nee, der Ereignis unten lang. Warum? Wow, Eik. Eins plus. Es geht halt immer weiter hoch hinaus. Wenn jetzt wenigstens Tag wäre. Schneebeinschlag. Komm. Oh man, komm, ich hör dich. Du brauchst gar nicht schneller werden. Dann bist du auch noch auf Speed. Scheiße. Ähm. Okay, wenn da ein roter Baum ist, dann müsst ihr hier gleich ein neues Biom kommen. Dann müsste hier ja rein theoretisch gleich ein neues Biom auftauchen. Sag ich ja. Wow, das war's schon. Wow. Och, der ist immer noch hinter mir her. Ey, das war mal nie gewettet. Dann bin ich halt weg. Dann ist der Eik halt weg. Ähm. Nein. 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 Eik sagt nein. Tschüss. Uff, es wird nicht besser. Endlich mal ein Biom ohne Häuser. Und jetzt will ich einen Teddybär haben. Los. Komm, mir muss jetzt ein Teddy sein. Wo ist eigentlich schon mein Honig hin? Da. Was ist das denn? Black Sand. Der sieht geil aus. Mitnehmen. Einfach mal mitnehmen. Weil er geil aussieht. Was ist das? Strip it. Ne, will ich nicht. Au. Ey, ist noch mehr schwarzer Sand. Was ist denn das für ein Biom? Ähm. Burn Forest. Alles klar. Aber trotzdem. Wieder kein Teddy. Mann, ich verzweifle hier gerade echt so. Mit einem Auto wäre das viel einfacher. Und keine fucking Schildkröten. Ich verstehe das nicht. Wie soll man denn Krokodil ein Schildkröte ins Maul machen? Oder ein Eier kommen? Wenn keine Schildkröten vorhanden sind. Und natürlich kommt da die nächste Stadt. Anlegg mich doch. Komm. Nö. Irgendwas läuft hier ganz schief. rein theoretisch hier wird's wärmer. Wir müssten hier wenigstens Schildkröten sein. Anschlöhnen. Aber nöööööööÖ. Ach man, ganz ehrlich, ich finde das scheiße. Ich finde es kagge. Nö, ich habe nicht gehört. Einfach nö. Da ist wieder weit. Oh, sogar ein normaler. Endlich mal was normales hier. Oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wo ich hinspringe. Endlich mal was normales hier in dieser Welt. Schön. Und nein. Das nicht, aber da müssen... Kommt da ein Pelletscherturm? Ne, ist ein Haus. Und es ist doch kein normaler Wald. Es ist einfach nur ein kleiner Park. Ja, ich verzweifle. Ich verzweifle hier gerade voll und ganz. Warum muss mich das Peck so ärgern? Wieder kein Schildkröten. Dafür ein Delfin. In einem kleinen Tümpel. Ach komm. Okay, da kommt eine Wüste. Rein theoretisch, weil ein Sandsteingebäude kommt, müsste eine Wüste da auftauchen. Aber, ja. Ob das auch der Fall ist, werden wir gleich sehen. Äh, ich habe das Boot nicht mitgenommen. Wow. Toll, ey. Oh, Mann. Hier stimmt wieder auf ein Kälb rum. Und da gab es den Season-Wechsel. Schön. Geile Türen. Boah, der Zombie ist ja gefährlich. Das hat ein Schwert. Oh, scheiße. Ich wollte mich gerade über den lustig machen. Da hat er seine Freunde geholt. So, rein theoretisch da. Das müsste ein Stück Wüste sein. F3. Ocean. Ocean-Gebiet. Schön. Und trotzdem keine Schildkröten. Und trotzdem keine Schildkröten. Die Sieg-Lech. Natürlich geht's. Es gibt mich gerade über den Bildern. Und trotzdem keine Schildkröten. Ja. Vielen Dank.